Herzlich Willkommen im Ampatek Service Center. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die LEDs bei einem Xerox Phaser 6510 einfach reinigen können. Verschmutzte LEDs äußern sich in dem unsauberen Druckbild, dass einzelne Druckfarben, helle Streifen oder gar Lücken aufweisen, die sich übers ganze Blatt ziehen. Öffnen Sie die Seitenklappe. Sie sehen den Resttonerbehälter des Geräts. Drücken Sie den kleinen oberen Hebel nach unten, dann lässt sich dieser leicht entnehmen. Lagern Sie den Resttonerbehälter mit den Öffnungen nach oben, um auslaufenden Toner zu vermeiden. Nun sehen Sie die vier Trommeln. Entnehmen Sie nun den kleinen rosa Reinigungsstab links neben der gelben Trommel. Dieser hat zwei Filze, mit denen Sie die Linsen der LEDs reinigen können. Führen Sie den Stab in das kleine Loch in der rosa Verriegelung der jeweiligen Trommel ein und bewegen Sie ihn zwei bis dreimal rein und raus. Damit säubern Sie die LEDs von Tonerpulver. Verstauen Sie danach den Reinigungsstab wieder links im Gerät. Setzen Sie den Resttonerbehälter unten an und lassen Sie ihn oben einrasten. Dann schließen Sie die Klappe. Fertig. Bis zum nächsten Mal im Ampatec Service Center.